So, das erstmütige Platsing, das geht mir leid, das geht mir mit den Toiletten, aber das leh ich nicht an uns. Wie bei so ein Tiedig, na auch, obst du heute Morgen. So, aber nur geht richtig los. Als ich eben hereinkam, hat mir der Herr Präsident die mehrsprachigen Schilder gezeigt im Parlamentsgebäude. Das ist Schleswig-Holstein 2013. Ich kann natürlich nur zwei dieser Sprachen, die dort verzeichnet sind. Aber ich könnte ja noch lernen. Im Kieler Parlament ist offensichtlich geworden, die Stärke einer Demokratie erweist sich nicht nur in ihren Mehrheitsverhältnissen. Die Stärke der Demokratie erweist sich auch in ihrem Umgang mit Minderheiten. Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Jahrzehnten demokratisch und gesellschaftlich gewachsen, weil es seinen Umgang mit Minderheiten erst zu einer neuen Politik und dann zu einem neuen Alltag gemacht hat. Artikel 5 der Landesverfassung schützte schon früh die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe. Seit dem 14. November 2012 schützt dieser Artikel auch die Kultur und Sprache der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein. Für diesen Beschluss, für dieses Novum in einer Landesverfassung möchte ich dem Parlament von Schleswig-Holstein ausdrücklich danken. Für diesen Beschluss, für diesen Moment von Schleswig-Holstein und Sprache der Sinti und Sprache der Sinti und Sprache der Sinti und Sprache der Sinti und Sprache der Sinti.